Als Künstlerhaltung zu zeigen ist schwierig, man muss es, man kann es aber auch einfach und bequem machen. Ich empfehle gerne immer die Plattform Musik hilft, wo man ähnlich wie Kickstarter oder andere Crowdfunding-Plattformen Ideen und Projekte sein, das was man möchte, bewerben kann. Da muss man gar nichts machen, da muss man noch nicht mal ein Konzert für geben, da sagt man einfach ich von der Band so und so finde das toll, klick doch drauf und spende ein paar Euro. Das ist also einfach, Haltung zu zeigen und sogar noch Geld dabei zu machen.